guten morgen und auch ich darf die beiden boxen öffnen ich freue mich ich fange mit serra ora an was ich voll hammer finde hier sind drei wunderschöne promos drin ich habe immer nur zwei mitbekommen ich habe das gar nicht richtig mitgeschnitten die brauchen wir nicht noch mal gucken hier sind ja gebe ich euch gleich so und die karten die habt ihr schon bei kenny gesehen die praktisch nachher aus denn ich will die große hier noch einmal hier haben wir vier booster drinnen zweimal verlorener ursprung einmal strahlende sterne einmal fusion gute booster da habe ich noch überlegen ob es überhaupt auf weil ich habe ja also recht aber ich habe es ja vollständig du weißt du was damit ich ja nicht zum anfang nein nein knack leon das ist die star karte jetzt kopf in reverse und ich sag ja da geht es ja gut hast recht aber die vista karte die ich gesehen habe dabei habe ich gar nichts gesehen ich wollte und der ist für euch einmal strahlende sterne hatte ich gleich ein fusion da fehlen mir ich habe ein bisschen auf kartenmarkt eingekauft ich zeige euch das demnächst für unsere private sammlung genau ich habe ein bisschen eingekauft für auch für fusion aber trotzdem fehlen mir doch über über 20 karten da noch 21 oder 22 bari barakifa in reverse und ein reflex in holo immerhin nur holo muss man mal kurz zu sagen und kampf im pasto ja rassaf black gut wer ist für euch und jetzt noch zweimal ursprung verlorener noch sogar noch ein paar reverse karten und normale holos und v und v star und ja genauso wie in astral glas wampel zappladen samurzel sepa jusi so rack in reverse und ein zappler rang der zappel da lang blanas abzieharm und der ist für euch ursprung zum letzten aus der serra box das haben schon gesagt ja gefett fingert liebeskuss legios wapsel skogler humanolith in reverse und ein ja habe ich gerade bei kartenmarkt gekauft aber egal die behalte ich nein aber hammer selbstgezogen ist viel schöner selbstgezogen ist viel viel schöner nein die wollen die ja gar nicht wollen die ja nicht das ist das interessiert die nicht deswegen haben sie mir auch die mary für ein euro das ist so heftig die box richtig ja drei jetzt quasi aus vier mustern ja kann man eigentlich 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 gar nicht mehr kann ich noch mal kurz so eine richtige oder eine hohe also zweieinhalb sagen wir mal ja noch kurz pause machen hause machen kurzen cut nächste box wie heißt ist denn hier hat er sagt das gibt es in drei drei arten und drei version normal ganz schnell so ist die verteidigungsform in der kampfliga mit schnell angriff konnte und mit dem lader was sind das hier nein das ist ja dann brauche ich die box noch mal tut mir leid muss dann muss ich mir noch mal von dir besorgen die sieht ja heftig die sind nicht mal was für ein trödel so dafür werdet ihr hier können wir fangen wieder mit strahlender an habe ich voll jetzt bin ich auch ein bisschen ich muss meine meine laune jetzt wieder ein bisschen weg kriegen vom pilbrin und ja mein v gibt wenigstens was barista knaxel ja ich sammle auch die xxl karten und die ist ein bisschen da bin ich ein bisschen fusion dafür habe ich jetzt hier das gänger v max drin das fehlt mir noch das normale oder das alternative beide fehlen noch also ich würde mich auch sehr über das normale freuen über das normale gänger v max das alternative ja dann müssen wir hier kurz choreogel schade hätte sein können legios grill cheater cross trainer achso der ist wieder so rum wetteschön aber wir haben immer noch zwei aus dem verlorenen ursprung hast du gesehen was in dem set kommen soll was nach ja wie viel trainer karten da drin sein ja das ist doch das doch wer soll das noch sammeln schaffen naja die sind ja mal relativ häufig im reverse lot aber von daher ich finde das geht eigentlich mokuhita in reverse und ein parasek schade hat einer von euch zufällig schönen gruß an johnny's world ja grüße gehen raus guckt euch bei johnny's world an die neuen das neue set oder die neuen sets von pokémon im klemmbaustein denken sie sieht voll geil aus gefällt mir also johnny geht wieder auf die hat das set aufgebaut das größte da ist schicki dabei schicki ist dabei smedbow die krabbe die so eine kleine krabbe die im fluss ruht und 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 wer ist noch und was noch und was noch habe ich vergessen aber smedbow sieht echt cool aus und schicki mogelbaum fritzelblitz liebes kurs skorgler schlupack in reverse und ein reitschuh das war eine reinfallbox leider kaputte promo und ein hit aber lieber über das freuen was man hat als über das ärgern was man nicht hat guckt euch bei johnny's wir sollten noch mal die pokémon klemmbausteine an das lustig dann gut aus ich bin echt am überlegen ob ich mir die hole das erste ansonsten ja das geht wieder 8 booster 3 hits ist wieder vollkommen im schnitt wir sagen dankeschön checkt den shop drückt die glocke macht ein abo gibt ein däumchen kommentar 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 und wir freuen uns wenn ihr uns beim nächsten mal wieder zuschaut bis zum nächsten mal tschüss